Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 1. Februar 2022. Da haben wir den ersten Handelstag im neuen Monat. Und das Wichtige hier ist eigentlich, dass der Januar, so sagt es in der Börsenregel, letztendlich das gesamte Jahr vorgibt. Nein, wir erinnern uns, 2020 hatten wir auch schon mal einen schwachen Januar. Dann hatten wir auch einen schwachen Februar. Und dann ist der März plötzlich total eskaliert, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gravieren schlechte Nachrichten gab. Das bringt der eine oder andere immer gerne mal durcheinander. Aber die Börsen oder der DAX war unten bei 9800 oder wo tief war. In dem Moment, als unser DAX ist auch unter 9000, in dem Moment, als wir in Italien vier oder zehn Infizierte, glaube ich, hatten. Also in Deutschland hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keine 100 Infizierten mit Corona. Da war noch kein Lockdown, da war noch keine Impfpflicht, da waren noch keine weiteren Wellen und sowas absehbar. Sondern da ging es wirklich bloß darum, jetzt ist es in Deutschland oder in Europa angekommen. Und zu dem Zeitpunkt waren die Börsen schon unten. Und erst dann, als die Leute realisiert haben, dass das gravierende Auswirkungen und so weiter haben kann. Erst dann ist der Markt eigentlich wieder gestiegen halt. Und dann wollten alle Shorten. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich die ganze Strecke hoch zu durchgeschottet haben. Ich denke, da ist er auch nicht mit alleine. Da gibt es relativ viele, die das so gemacht haben, die wirklich erst im DAX bei gut 9500, 9000 angefangen haben, nach Short zu suchen. Weil sie davon ausgegangen sind, dass das Ding jetzt die nächsten paar Jahre halt fällt. Was es dann erstmal nicht getan hat. So. Und jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Was heißt in einer ähnlichen Situation? Das ist jetzt nicht richtig. Aber wir haben zumindest einen schwachen Januar stehen lassen halt. Unser DAX hingegen, ihr seht das aber, der grinst sich hier einen Honigkuchenpferd. Oder grinst wie ein Honigkuchenpferd. Weil er sich jetzt die letzten zwei Tage wirklich nach oben durchgezogen hat. So. Und die, die bei mir im Dienst sind, haben das gemerkt, dass da auch von meiner Seite ein bisschen ruhiger geworden ist. Gestern, vorgestern. Also, nee, gestern. Also, zum Montag und zum Freitag. Na, als der DAX dann insbesondere das hochgegangen ist, schmeckt nicht so ganz. Aber immerhin hat er jetzt das bedient, was wir in der Voranalyse gesagt haben. Wir hatten hier nämlich klar gesagt, wenn er unten raus will, wenn er wirklich richtig unten raus will, dann muss er einen schwachen Start reinbringen. Dann muss er unter 3,50, unter 3,20 direkt per Gap rein, direkt per schwachen Start rein, um sich lang nach unten strecken zu können. Das hat er nicht geschafft. Hat sich vom Start her ganz gut runtergeschoben. Wir hatten uns dann in dem Moment, haben wir, glaube ich, schon ein Update umgeschickt, so 4,60. Wenn die bricht nach unten, dann sollte er sich Platz bis 3,30 frei machen, bis 3,30, 3,20. Das hat er nicht ganz erreicht. So um 3,36 ist er, glaube ich, hochgedreht. Und dann hat er es dann trotzdem ganz gut bullig gemacht. Er hatte viele bullige Signale bestätigt, wie auch früh schon. Das ist aufwärtsgelb. Das neue hoch, was wir nach 9,30 noch bekommen haben. Also da waren so viele Sachen, wo wir eigentlich gesagt haben, wenn sowas kommt, dann wäre das eher ein bulliger Tag. Und man kann nicht sagen, dass es ein bulliger Tag geworden ist. Aber es ist auch kein schwacher Tag geworden. Er hat relativ nah an der Eröffnung geschlossen. Und in Bezug auf den Vortag wirkt es dominanter. Viel bewegt haben wir uns trotzdem nicht. Also wenn wir das von der Tageseröffnung ableiten, dann sind das ein Tagesgewinn von, keine Ahnung, 30, 40 Punkte. Das ist jetzt nicht die Welt, aber im Tageschart kommen wir näher. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, der mir recht wichtig ist, euch nochmal zu zeigen. Abseits von dem Monat, der jetzt rot geschlossen wurde, definitiv. Also das ist so. Die Monatskerze im DAX, die ist zu. Und die ist rot. Und damit haben wir einen schwachen Januar drinstehen. Wir haben auch eine schwache erste Januarwoche. Da gibt es auch viele Börsenregeln, die dann so das gesamte Jahr anhand der ersten Handelswoche ableiten. Es gibt aber auch andere Börsenregeln, die auf so einen ersten Monat abzielen. Und demzufolge hat unser DAX hier eigentlich nach unten raus schon dieses Jahr ein bisschen, ich sag mal, aus der Börsenregel heraus Platz. Wenn wir jetzt hier schauen, haben wir eine Situation, wie wir sie die letzten Male schon mal hatten. Wir sind jetzt den siebten Tag in Folge aus dem, also unterhalb der 200-Tage-Linie. Das haben wir zuletzt im Dezember gehabt. Anfang Dezember sind wir auch genau sieben Tage drunter gewesen. Und am achten Tag gab es dann Aufwärtsgap und krasse 400 Punkte hoch. Sollte unser DAX jetzt hier auch bei Aufwärtsgap reinkommen und über 600 beispielsweise eröffnen, also über der 200-Tage-Linie, so wie das hier war, würde ich vielleicht nicht sagen, 400 Punkte Aufwärtspotenzial, aber bis in die 900, 850 rein, kann das locker gehen dann halt, dass sich das ein bisschen entlädt. Wir haben hier das mittlere Wollinger Band dann im Bereich um 7, ja sagen wir mal 720, 740, da ist ja auch noch ein offenes Gap hier. Das könnte er sich dann nochmal zur Brust nehmen, dass er in dem Bereich nochmal ein bisschen Widerstand leistet. Aber Fakt ist auch, aus Tagessicht muss man ganz klar sagen, wenn der DAX über 600 geht, wird das auch positiver. Erinnert euch dran, wir haben gestern auch über den Wochenschart gesprochen, ich habe euch den Wochenschart gezeigt aus der Jahresausbruchsanalyse, da haben wir auch gesagt, mit der Wochenkerze von der Vorwoche, wenn er da über 600 geht, dass er eben entsprechend Aufwärtspotenziale hätte. Heißt natürlich auch für die Bären, für die, die den DAX unten sehen wollen, wird das gerade nicht so verkehrt, wenn er da hoch geht, weil wenn er dort einen Fehlausbruch bringt, ne, und uns über die 600 drüber haut und das dann nicht gestanden kriegt. Also wirklich hier so mittig in dem Pfeil einfach sich auf eine fette rote Kerze auf Stundenebene runterdreht, dann wäre das ein Fehlausbruch und dann hätte man hier schon eine gewisse Flaggencharakteristik drin, das ist einfach so, ne. Das kann man, dass das auch nicht zu Recht gedichtet ist, sondern es ist tatsächlich einfach so, dass wir dynamisch runter sind und wirklich sehr, sehr, sehr langsam nur wieder das erholen und langsam wieder zurückkommen. Auch wenn ich so zum Nasdaq gucke und so anderen amerikanischen Indizes, die laufen eigentlich gerade schöne Rücklaufbereiche jetzt, also sind kurz davor, die anzulaufen und hätten dort natürlich auch nochmal Potenzial runter, sich sogar sauber runterzudrehen, ohne dass man irgendwo einen Fehlausbruch oder Sonstiges unterstellen muss. Auch der Nasdaq ist ja auch nur das 200-Tage-Linie und von daher könnte ich mir das, also für die Bären, ne, dass ihr das so ein bisschen vor Augen habt, dem vielleicht zum Dienstagvormittag oben ein bisschen noch Leine zu lassen, ne, aber wenn dann hier im Bereich so klassisches Fehlausbruchniveau einfach mittig drin, ne, so im Bereich um 6, 30, 6, 50, der anfängt fette rote Stundenkerzen nach unten zu schroten, dann riecht das so nach, sehr nach Fehlausbruch und dann würde er sich in erster Linie nochmal runterarbeiten in dem Bereich hier um 4, 60, ha, im Zweifel 4, 4, 20, 4, 60, eher vielleicht 4, 60, ne, dass er sich da nochmal reinarbeitet und dann darf er sich schon dort nicht dynamisch wieder hochdrehen, sonst gibt es das nächste Hoch dann in den Bereich um 7, 50 rein. Ne, aber das wäre zumindest ein Anfang für die, die einen Tifa sehen wollen und ansonsten ist das erstmal von eher nach oben gedreht. Könnte mir nicht vorstellen, wie er das jetzt nach unten auflösen will, weil die letzten zwei Tage vormittags immer erst mal nach unten ist und dann am Abend wieder hochgekauft wurde, das heißt, wenn er jetzt zum Dienstag nach unten anfällt, wird er wahrscheinlich auch wieder hochgezogen werden, deswegen müsst ihr es einfach andersrum probieren und das ist das, was ich gerade eben gesagt hatte für die Bären, wenn er den unten raus will, um einen kleinen Fehlausbruch über die 15.600, ein paar Shorts rausruppen, schön bereinigen das Ding und dann nach unten raus. Achtet aber eben drauf, dass ihr wirklich das Umkehrsignal oben eben auch abwartet, dass ihr euch nicht einfach reinstellt und sagt, okay, ich trade jetzt einen Fehlausbruch und dann ist noch gar keiner da, das ist gefährlich, weil es kann auch ein richtiger Ausbruch werden, deswegen macht man das nicht, dass man sich daran entgegenstellt, sonst steht man irgendwo bei 7,50 dann mit einem Short drin, den man bei 6,20 eingegangen ist, das sind wahrscheinlich Punkte einfach, das ist sinnlos, das ist schade, das muss nicht sein. Und wenn er bei 7,50 nicht anhält, läuft er bis 900 weiter, so und dann sitzt man da mit einem Short bei 6,20, weil man dachte, dass ein Fehlausbruch kommt, der dann aber nicht gekommen ist, macht man nicht, tradet man so nicht, naja, dann guckt man wirklich, dass das entsprechende Signal kommt, deswegen analysieren wir das, sprechen die Szenarien durch und wenn dann eben der Fehlausbruch kommt, wenn hier eine schöne fette rote Stundenkerse sich aus dem Bereich nach unten rauslässt, dann kann man auch den Short ansetzen, es ist da bloß drüber packen, probieren, das zu traden und dann klappt es oder das klappt nicht. Ja, ansonsten, wir sind zwischen den beiden Triggern, die wir uns am Vortag gesetzt haben, steht noch genau dazwischen, haben sozusagen jetzt hier kein Signal gesetzt am, am, was hat man jetzt Montag, es ist eher mehr so eine gefühlte Dominanz der Bullen, Signal haben sie nicht gesetzt, aber es ist trotzdem eine gefühlte Dominanz der Bullen da, ähm, Punkt. Was müsst ihr unten machen, um mich zu überzeugen? Wir müssen den Dienstagsvormittagstief springen, dann seine klassische Mittwochserholung und am Nachmittag ein neues Tagestief, dann bin ich bereit Short zu suchen, so ansonsten würde ich den Dienstag, wenn er runterkommt, eigentlich ignorieren. Wäre für mich jetzt uninteressant, würde ich, auch wenn unsere Lisa da Short will, würde ich nicht freigeben, das würde mir nicht gefallen. Die wollte jetzt auch am Montag long, haben wir auch gesagt, ne, das klemmen wir uns, weil er gerade die 4,60 nach unten durchgelegt hatte, das wäre auch Quatsch gewesen, einen long freizugeben, wenn er gerade nach unten ein Signal bricht, ja, und von daher, also, wie gesagt, wenn er vormittag runterkommt, wäre für mich gar nicht so interessant, für mich liegt wirklich die interessante Zone hier oben, wäre für die positiv ambitionierteren Trader hier definitiv eine Kaufchance, heißt das ist ein Kaufsignal, Richtung 200-Taglinie, Vorsicht, das ist nicht die 200-Taglinie, das ist die 202-Stunden-Linie hier, ähm, beziehungsweise könnte man sagen, die 400-Stunden-Linie, ähm, die 200-Tage-Linie, die liegt, kann man gucken, kurz, wartet, liegt hier, ist nicht ganz, ganz sauber, im Bereich um 6,20, ja, und deswegen könnte man schon sagen, also, wenn hier jetzt neue Hochs kommen, 5,50 drüber, 5,60, das ist eigentlich dann so Richtung 6,20, 6,30, ja, und wenn von dort fett nach unten losgekontert wird, schauen Sie, ähm, wer Long drin ist, sollte dann auf jeden Fall Stop-Loss nachziehen, na, ähm, von oben wird das dann Unterstützung, 5,60, 5,80, da sollte man nicht unbedingt ein Stop-Loss drüberlegen, weil der Markt natürlich von 6,20 auch sehr, sehr, sehr gut auf so einem, auf so einem Top, Doppeltop, Dreifachtop, sich dann wieder nach oben drehen kann, ne, sondern dann würde man hier unten irgendwie, hier unter die 500, unter die 4,80, 4,90, dann die, die Stop-Loss ranziehen, und wenn der das dann nicht hält, und hier nach unten durchschlägt, nachdem man da 6,20 war, dann geht es eben eine ganze Etage tiefer, hier bis, gut, 4,10, 4,60, so, jetzt muss ich ein bisschen mehr springen auf meinem Ball, ihr hört das wahrscheinlich, ich bin schon leicht auf der Atem hier, kleinen Lukas auf dem Arm, aber, kriegt man alles hin, hier, das ist alles machbar, so, aber ich bin auch fertig, da hat der Lukas recht, ich werde zu lang, es sind genau 10 Minuten, das war jetzt das richtige Stichwort, von daher würde ich sagen, machen wir das aus, ähm, wie gesagt, Würze liegt für mich oben, Vormittag runter, wäre für mich egal, würde ich ignorieren, würde ich mir gar nicht angucken, würde dann am Nachmittag drauf gucken, wenn dann neue Tagestiefs kommen, nach einer kleinen Mittagserholung, dann definitiv ein schöner Short-Kandidat auch wieder, aber bis dahin würde ich einfach, weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so den Reiz, Short zu suchen, ähm, außer macht die oben den Fehlausbruch, und ansonsten wird das eher eine Long-Vorlage, ne, ja, gut, machen wir die Kiste zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und, das ist nicht Lukas, aber, mal gucken, ob der Daxel weiter so chemisch grinst, und immer wieder die Verkäufer wieder nach oben zieht, das hat er zumindest die letzten zwei Tage hier ganz gut gemacht, also, ich mach aus, wünsche euch was, gutes Gelingen, und dann hören wir uns, morgen wieder, bis dahin, tschüss! Mal wieder, bis dahin, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020